10 Sekunden Hallo Wollen wir irgendwas üben oder so? Choose your crew Ha 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 Hope they fare better than kunkers Hey Leute Hey Leute Ich bin gerade mit ein paar Kollegen im TS Und verspricht mir Krasse Runde zu werden Also Mal sehen was wir bekommen Warfling Rubik 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 Was man nicht klauen kann am besten Nice Du mit Ach du hast ein Lowcheck okay Ach Gott wir haben ja noch ein random dabei Hab ich gerade vergessen ey Weep Hab ich ganz vergessen dass hier noch ein random Typ da ist Ähm Shado Ja ich sagen Dann spiel ich mit Shinigami Support oder Shinigami kann picken was er will Kann sich ausdrucken und aus der Bock haben Dann Ich weiß nicht was er braucht Ich weiß nicht was er braucht Alter Hab ich mit Ikin gespielt Ich hab auch mit Ikin und Chang'n zu spielen Dass du mit Ikin und Chang'n gespielt hast weil es ist richtig leute Ähm Weiß noch nicht so Da spiel ich mit Sky Ey Ey Ich bin so random so ein ziemlich faggot Wenn du Bock hast auf den Shame und da Lust drauf hast dann pick du den Shame Das ist gut Wie du halt Bock hast Wenn du was üben willst oder trainieren willst kannst du auch das picken Wenn du was üben willst oder trainieren willst kannst du auch das picken Hm Ben auch Pfff Felix er verragt dich auf der Silencer Was? Ich bin halt nicht ich muss dir halt das Hm Ja jetzt Ich glaube ich spiel in Alda Hey Bro Nooo Oh man Ich glaube ich spiel in Alda Titan Ich hab auch Bock auf eine Windranger Support Oder irgendwas neines Ich hab immer wieder den Last pick Ja ich pick auch im Zweifel Was soll ich einen Putsch picken Mit dem Sack ich halt Jetzt schweiß Alter Na obwohl ein Alder Titan ist so nager geil da ne Die sind ja echt Ja definitiv Locker Drauf Oh was denn Ja komm Go Verälder Nae 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 Ging hier mal um den score im letzten Chat War schon nicht schlecht Oh älter ist nicht schlecht Älter ist nicht schlecht Oh Medusa Medusa Ah scheiße Die kann ich nicht Kann ich nicht viel ausrichten Lalalalalala Mana Burn und so Night Stalker Irgendwas abgefahrenes spielen Irgendwas ausprobieren Anti-Mage suckt ein bisschen gegen Night Stalker und so weg Aber Ja das stimmt Vielleicht so schlecht sind die Gegner nicht gegen Anti-Mage aber Naga Naga Anti-Mage ist ja doch Hardcore ne Zusehen Die L Vielleicht oder so Die L ist hart Die L ist hart Die L Ja ich hab mal recht Leute Ist halt hart Moment hab ich T Das ist richtig Hart 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 Also mit Nullefire gehts ganz gut Gut Ich hoffe das war jetzt Push to Talk Wenn Nullefire macht hier nicht viel Ja da laufen sie aber nicht vor dir weg Wer jetzt Das ist nicht das Problem Das Problem ist dass die Jellos sehr gut ziehen können Weil sie es einigermaßen gut machen Ja Naga eben und Parkner Hauptsächlich Alter Felix hast du dir den Skin ja geholt Ja ich muss das einfach machen Kein Tauren für Naga Ah die schon wieder Komm wir sind halt schon wieder wussten die das gleich zu haben Und hinterm Ural 500er Pingen Warum stehen die noch auf die Uhr wirst Jetzt ist die Frage gewinnen wir das? Keine Ahnung Du hast ein schönes Game Kommt davon wie gut die Gegner sind Ja Und wir haben uns da einen so aufleihen Ich glaube der wird ziemlich erzacken Ich würde richtig reinfielen einfach Man kommt zwar komplett Das ist safe rein Die Borderline ist verloren Also irgendwie kenn ich den Lancer Skin Den hab ich auch Bis auf Arm und Gürtel hab ich was anderes Der hat keinen Skin Außer Waffe und Gürtel Hm Also wird Bei mir wird nur Gezeigt dass er Waffe und Gürtel hat Ansonsten ist er nackig Dann siehst du was nicht Der Kopfputz ist drauf Von Dieses Zeus Dings Und Ja Die Dings anderer Waffe da Und natürlich der Umhang Wir werden nur Waffe Bei uns bist du Wir werden echt nur Waffe und Gürtel Dann klicken wir auf diese Lupe da Ja Klick ich drauf Bei mir ist nur Waffe und Gürtel Cool Alter 4 ist verstanden Level 1 ist verstanden Go Go Best Lineup Das klappt echt super Mann ich warte nicht auf Russland ganz ehrlich Ah We're on the way Ah shit Shit Cool der ist kein Russland Er ist Ukraine Ja okay auf Ukraine Ah die armen Ukrainer Ja? Ah Werner oder Werner Ich glaube ich auf Englisch Boah Boah kommt der Baller Der Maler Der Maler Um ein bisschen zu malen Felix ich block dir Weil ich muss dann Mir eh noch wenn das Game angefangen hat Mir den Obergrandom holen Ich bin im Zweifel Hä? Hä? What the heck? Mir fehlen 2 Gold Ja Und wenn dann Was mit was fängt dann an? 2 Gold für 0.000 Mann Ok 2 Gold fehlen Ah ok Oh shit das ist wegen Er ist aber auch ein gesprächiger Genosse Jetzt muss ich gucken Dass ich nicht den Lancer verwechsel Weil der so gleich aussieht Scheiße Hä? Ernst Ich denke da im Endeffekt Es ist übrigens Auf der Lane Wenn du Lancerper spielst Mit dem Shaman besser die Q zu skillen Weil der Shaman den besten Newk auf Level 1 hat im ganzen Spiel Ist immer ein Guide drin Ist immer ein Guide drin Doch besser als der Shackle Weil du einfach mehr Schaden machst an jeden Outzone Komm mal deinen Carry dann gar nicht an Ohhhh Alter Sandwich Die Gegner sind ja mal da Aber da Den Korin Ja 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 Juhu 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 Die Leder 2000 Juhu 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 Felix zu sein Zander Juhu die abgebildet das Leben und erhält sich in den Weg und das ist ein Leben das ist ein Schaum ich muss ja aufpassen wenn wir kommen den Mal zeigen oder am Soll ich? Ja... Okay, dann zeig ich denen das nicht. Blödsinn... Ah... Komisch. Ja, der Rubik geht schon. Dann komm ich mal nicht, dann behältst du den Levelvorteil. Rubik ist hier. Rubik kommt da, by the way. Ruhhahaha! I have to change directly! Okay, okay. Was mit dir hier? Ups, ja. Bull, oder? Ja, auf jeden Fall. Bull, ne? Buhr' auf Gott! Die Gutsache. Bööööööö MARKUS! Sonst weiß ich was ich da vorne schon hatte? Mein TP ist weg und... Ach, mein Ward, okay. Okay. Neue Leicester, kann man nicht so bricht, ah ja, ist safer. Los hier, ne? Da wohnt mit? Hoppla. Ah, shit. Immer noch drin. Dangit. Das wird knapp. Natürlich jetzt Mist gebaut. Ah, dangit. Hm. Okay. Okay. So, jetzt kann ich mich dann nochmal kurz auf... Die Boots konzentrieren. Wir würden sogar eigentlich Easy-Kills machen hier. Waaah, nein, nicht... Oh, schon die Glami. Ja. Vor die Frage, komm. Ich muss checken. Jaaaah. Hm, für den. Ein Ticken zu langsam. Passt schon. Jaaaah. 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 Was ist die Frage, inwieweit... Gut, dass der nicht das Ziel war. Hey Felix, ich komm der jetzt halt. Shit. Noll. Der Mikro ist das ganz geil. Ach du Scheiße. Arkane, willst du die oder soll ich nehmen? Ich will die haben. Ich hab keinen Mana. Upsa. Oh Gott. Ich will mal kurz zurück. Wollen wir streichen? Nee, musst du nicht. Okay, dann geh ich base. Ich fahre. Und die Schade direkt. Schade, guide mich! Der ist selber gepulgert oder wann? Ja. Oh Gott. Denied. Ich hab noch einen Denied. Guck mal wer da ist. Ja, lass doch mal einen Top-Puffer zu quälen. Ich hab alles bereit. Mach ich dich das? Kannst du checken? Boah. Hier geht's. Shit, 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 shit. Den hab ich einfach. Das hab ich nicht gewusst. Komm komm Shinigami, wir gehen mit her. Wir holen uns die Puken her. Wir haben genug Mana, das reicht schon. Wir mussten einfach nur schäkeln. Shit, guide mich! Warte, darf ich hier stehen? Wir warten hier. Und wenn's dir gleich vorkommt, dann gehen wir jetzt. Jetzt. Du hast gehört. Warte. Wow, shit. Ja, einfach mal was. Was geht? Oh, nicht genug Mana. Ich bin so gut wie hinüber. Ach du Scheiße, was ist denn mit den Gegnern hier los? Irgendwo haben sie uns gesehen, nehm ich mal an. Soll ich mal gucken, ob sie da einen stehen haben? Ja, alles gemacht. Hilfe, deine Bordelung! Was ist das? Die Dyer hat ihre Strukturen fortgesetzt? Ja, ich gehe! Was ist das? Ok, Kanada. Your bottom tower just got ignited. Oh shit. Genau, du gehst mal mit dem Bot rotieren. Wenn du Bock hast, hast du dabei geklärt? Ja, ich finde er hat mit einem Hit überlebt, aber ich habe unbedingt noch gekillt. Ich würde... game. Fuck. Hätte ich den Shackle zuerst und ihm da noch was abgenommen? Aber das kannst du halt nicht genau wissen. Hm. Hm, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich hätte gerade ihr den Mom geliefert bekommen. Ach du Scheiße. Wuuuuh. Hier ist der Mom. Shit. Oh mein Gott. Lief gar nicht ganz wie erwartet. Ah shit. Jetzt habe ich mir mein Geld verschafft für... Fuck. Ich höre. Okay. Ich höre. Hey Leute, ist offen. Ich höre, ist okay. Leute. Ja, ich komme. Aber... Ich akzeptiere. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Die Frage, ob... Ist jetzt gleich wieder Nacht. In 5 Sekunden. Kann ich nicht da lang gehen? Definitiv nicht. Ansonsten bin ich dabei. What the hell? Da bin, vier Sekunden wieder stormed. Der scheiße Mord. Da kann ich mal an den Tower gehen. Ich muss da pushen und an den Tower weg, weil da kann man nichts kriegen. Ja, woher kann man nichts machen? Autsch. Hallo, kein Platz. Könnten aber ruhig mal, wenn ich Sex hab, mit nem close angelegten Gank auf die Medusa Gorn. Ja, oder wir warten auf die Fusel und dann pfeifen wir in der. What the heck? Ist ja so dunkel. Wollen wir da mal ein bisschen Vision haben. Okay. Mach das, dann musst du gern mal so ganz gesehen treibt so gut für uns, wenn wir jetzt nicht weiter pushen irgendwo. Pup mal. Medusa ist da. Oh. 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 Mit ner Illusion Rune, die hat er sich grad geschnappt. Oh. Oh. Du hängig. Oh fuck. Oh Gott. Haben sie mich aufgegriffen. Scheiße. Das heißt, die waren hier. Wir müssen da noch ein bisschen Warden. Dengel. Ich bin mit meinem Warden-Wards nicht zufrieden. Warum stehe ich eigentlich wieder auf B? Night Stalker hat, was? Achso. Ich hab... Wir könnten jetzt einfach mal Warden... Ja. Das wollten wir machen. Dann haben wir noch ne Ward da. Hast du ne Warden, Nigami? Okay. Schade. Den hab ich grad aufgestellt gehabt. Ah, okay. Dann hab ich die gar noch nicht gesehen. Ah, okay. Die läuft da auf. Ähm. Yo. Dann denk ich, wir sollten wir zu Fird Bottom gehen und die Naga holt sich hier Radian. Ähm. Night Stalker hier. Hab's gesehen. Hab's gesehen. Die Wurzel nicht schlecht, die ich gesetzt hab. Hab noch ein bisschen weiter rüber gekonnt. Keine 20 Sekunden an den 3 in TP. Wenn wir da irgendwas machen wollen. Aber eigentlich möchte es sein. Ich weiß nicht. Wir könnten noch was pushen mit dem Diffu. Der auch immer kommt den Kilmeer. Chochen. Ich bin ruhig. Neue. Ich bin in Tosen Schuss. Wo war der Silence? Jetzt kommt der Silence. Alles wird gesperrt. Ja, kurz bevor er gestorben ist. Du, willkommen mit du verbringst. Du, willkommen mit du verbringst. Wow, shit. Alles gut, wir haben gewollt. Ich glaub kaum, dass sie alles gewollt haben. Aber ich glaub, die haben ein paar Tiefe stehen. Zumindest für Nightstalker in die Top Jungle. I hear and obey. Boah, das scheint auch wie ein Easykill hier. Aber alleine krieg ich den nicht. Kannst du jetzt lieben? Ja. Ich hab mich dann gesehen, als ich den Shit vorgemacht hab. Ich kann nicht darauf. Medusa... Das ist der eine der Bestienklar aus jedem Kurier, auf den er sehen kann. Das ist echt heftig, wie der Kurier der ist. Zwei stehen mit. Kommt ein dritter wahrscheinlich. Wenn ich klasse ein Tryharden. Wenn wir... Boah, würde ich saugern eigentlich. Aber wenn ich dahinter komm, kann ich... Wards Shackle Kombi... Geh rein. Ich hab den Dooser hier. Oh mein... Wenn wir jetzt da... Also das war dumm von dem. Ja, war gut. Boah, wenn der Rügel nicht da gewissen wäre, dann wäre ich bis jetzt die Sweet gewesen. Oh mein Gott, ich hab hier meine Urne immer noch nicht. Die ist ja immer noch im Kurier. Also ich hab'n dir nicht geklaut. Ne, 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 das ist der Silencer gewesen, die ganze Zeit. Puh, du hast halt überall gut gegen Naga und Kill, ne? Ja, ich hab'n dir übelst Bock auf Bier. Ja, ich hab'n auch noch. Von anderen. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Fünfzig für... Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott, ich... ... das ist halt jetzt so... Oh, okay, leg. Was ist jetzt? Oh, nicht komplett nur ruhig. Der vier Mann... ... in der Fall. Juhu. Ja, das war knapp. Kaunten noch Mana gehabt. Oh mein Gott. Yes. Your middle tower is under attack. Is that a Mirage? Na, das Game ist glaub ich los. Die haben uns am Elegance-Zugass... Du bist wirklich von dem in der Reihe an dem D-V-Gangster zu hart. Ihr versteht mal kaum. Hm... Naja... Ich wollte das V-Gang nicht so spät haben, nein. Na, wenn ich wo bitte immer noch Checkl hat... Ah, mit dieser Nacht. Wer mit dieser Nacht? Sehr gut. So, fei, die Spirit. Auch einen, aber... Hey, hier und obere. Ja. 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 Oh, ist das so cool hier? Was ist das so cool hier? Was ist das so cool? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah, dang it. Hm. 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 I hear. The King empowers me. And the Shades directly. Okay. Ach so. Hm. Hm. Kann ich ja noch ein Wort aufstellen. Shades guide me. Weil ich hoffe nicht drauf zu gehen. Nee, wir defen Highground. Wir lassen auch den Top Tower. Hm. Hm. The Spirit moves me. I accept your guidance. Ich will die nur vorbereiten, Felix. Ich möchte nur die XP haben. Ich will die nur vorbereiten, Felix. Ich möchte nur die XP haben. Oh, nice soccer. Hey, go! Your Top Tower is under attack. Hm, Junge. Your Top Tower just got sent to the bottom. Hm. So, let's do that on your own. You act as you are. Ja. Ich fass halt nicht. Ach so. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Der könnte meine Wards haben. Nicht sorgen. Ich kann das jetzt nicht mehr rausbekommen. Ah, shit. Ah, der ist heute gar nicht viel Ausdruck spielen. Nein, nein, nein! Das ist heute gar nicht viel Ausdruck. Das ist heute gar nicht viel Ausdruck. Die will hier noch den Schrein holen. Der geht aber raus. Das ist heute gar nicht viel Ausdruck. 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 Ich bin kurz vor der Stelle. Ich bin nicht mehr ausdruckt. hätten, hätten wir den Fight dermaßen easy gewonnen, weil die Medusa war ja nach dem Split tot. Bis zum Secret Shop, dann können wir... Ja okay, das sind halt ziemlich schlechte Worts. Vorne zu gehen, kann man das mal machen. Wenn der Puckner gleich nochmal hochkommt, geht er jetzt. Bleib, bleib, am besten. Dangit. Jetzt hat er aber noch die Nacht verlängert wahrscheinlich. Oh shit. Smoke. Smoke. Oh man, ich kugelte. Ich kugelte das halt. Ich kugelte das. Ich kugelte das noch. Ich kugelte das noch. Was sind wir noch gekommen? Shit. Gerade als ich die Walfang stellen wollte. Das ist ein Bottom Tower! Da hängt es! Deine Mittelschrauben fallen! Das ist Hargwash! Ich bin irgendwie gut! Ich könnte einen Bot Tower haben, wenn ich Boots of Travel hätte, aber die habe ich natürlich nicht. Ich empfehle einfach mit Boots, dann versorgen das Stratus Boots, Teleport und dann Boots und dann einfach rein, nach vorne, pushen, rauslaufen, oh, Naga stellt ihre, oh, okay, der farmt. Ich werde wohl hoffentlich nicht bemerkt haben, was ich gerade da den Farm geklaut habe. Wenn du da ankommst, bin Gold. Wo ist er? Ja, die kommen jetzt halt alle. Ja. 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 Und wird wahrscheinlich auf Scotty gehen. Ich kann auf jeden Fall mal da raus. Ich hätte ja noch mal gern Lust da ein Ward aufzustellen. Ich würde da jetzt auch ein Ward aufstellen. Okay, sie haben auf jeden Fall keinen da. Ich würde jetzt echt den Smoke nehmen, den er hier gecoilt hat. Ja, das ist einfach komischer Smoke. Was habe ich? Oh ja, Liebred. Ich würde mit Ultimaten sagen, wirst du zusammenstehen und du wirklich krasses Steakmack. Oh shit. Okay. Dang it. Oh shit. Oh shit. Okay. Ja, aber unsere beiden News sind einfach so schlecht wie jeder. Oho. Jeder von denen kann die Lupe, das ist eigentlich gut. Aber wir versuchen zu stellen, außer der Night Stalker vielleicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich auch einmal lernen. Ich würde dichBER nicht machen. Ich werde dir zuerst von Pioneer. werden. Das sollte tatsächlich mal eine sein. Okay. Das könnten wir noch. Die P's brauche ich eigentlich eh nicht mehr. Bord. Bord. Die P's brauche ich questi. Ich gehe gegen die Muggenurse zu schlacht. Ja, das Spiel ist vorbei. Muggenurse zu schlacht gegen die Muggenurse zu schlacht. Ich habe keine Muggenurse zu schlacht. Du möchtest die Muggenurse zu schlacht? Du möchtest den Muggenurse zu schlacht? Kein D-N-E mehr drin. Ah! Muggenurse. Der Ulti wäre schon mal für ihr, wenn wir das stoppen. Ihr Ball ist behalten. Ihr Ball ist bekommst, Ihr sagt. Ihr sagt. Ihr sagt. Ihre sagt ist zu schlacht. Das sind die Muggenurse zu schlacht! Ich bin einig! Ah! rausgekommen aus Brugners Todesstrahlen Scheimklaster Ah 5 Watt hin scheibenkleister ok ich meine ahnung wo ich bin da ja ich habe mal ja wie gesagt ich habe es nicht okay so leute dann bin ich mal raus gruppe ist ja auch gelöst die sind ja schon wieder am spiel suchen gut dann eine niederlage mit den ganz guten kommt auch mal vor dann ja auf das nächste spiel